Hallo und herzlich willkommen bei Marlins Glemborstein News, Folge 153 vom 12. März 24 und ich bin bereits durch meinen ersten Kaffee. Wir reden über neue Set-Ankündigungen, Unverfügbarkeiten, die Mox der Woche und ein paar Leseempfehlungen gibt es auch. Informationen werden wie immer präsentiert von ztb.de, der besten Quelle für Glemborstein-Informationen im deutschsprachigen Raum. Und wenn die wirklich so gut ist, dann sollten wir da jetzt auch hingehen und uns die Updates anschauen aus dem Set-Bereich. Da fangen wir wie immer an in alphabetischer Reihenfolge mit Blubricks. Die haben mal wieder ein paar Diamondblocks-Sets angekündigt aus ihrer Blubricks Pro-Reihe. Da haben wir einmal den Shiba Inu, keine Ahnung, ist das vielleicht ein Schlittenhund oder so? Rein vom Namen, ich kenne mich ja überhaupt nicht aus mit Hunderassen. Ich weiß, was ein Golden Retriever ist und ein Schäferhund und ein Dackel, würde ich vielleicht auch noch erkennen. Dann hört es auch schon auf, wie auch immer, dieses Set hat 2376 Teile. Viel mehr wissen wir nicht. Es sind wie gesagt Diamondblocks, aber z.B. auch, wo die Teile herkommen, weiß ich auch nicht so genau. Wenn da jemand mehr weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ein ganz hübscher Hund eigentlich, gefällt mir ganz gut. Die haben ja sehr früher, finde ich, richtig viel gemacht, diese ganzen Tiere in Diamondblocks. Ich finde, die letzten 12, 18 Monate war es dann ein bisschen ruhiger, aber jetzt deutlich mehr Ankündigung. Genauso wie dieser Pinguin, die 107579, das eben übrigens, der Hund war die 107578, jetzt kommt die 107579. Das ist ein Pinguin, 2170 Teile, das ist ja mal Wahnsinn bei diesen Diamondblocks. Trotzdem wird das Ding wahrscheinlich in der Handfläche passen. Ja, für die Freunde des gepflegten Miniaturbaus hier jetzt auch dieses Tier. Und dann gibt es noch ein Erdmännchen, das finde ich ja persönlich am coolsten. Die 107664, 1645 Teile, also ein bisschen kleiner als die anderen beiden. Und ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich finde da ganz cool, wie das Fell von hinten, diese Flecktarnung, die das Tier hinten hat, finde ich, sieht auch sehr, sehr schick aus. Richtig cool. Und dann haben wir ein bisschen skurriles Set. World War II, kleiner Bunker mit Flak. Flak mit CK. Keine Ahnung, was das sein soll, aber die 107937, das weiß ich. Und das ist von Florian designtes aus dem Modbricks-Team. Und dann steht da Flak, aber da steht keine Flak oben drauf. Sondern eher, keine Ahnung, eine Panzerabwehrkanone oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht genau, was hier los ist. Manchmal überraschen mich die von Blubricks immer wieder. Aber nichtsdestotrotz, wer nach einer Bunkeranlage sucht, vielleicht als kleines Accessoire zu ein paar Kobipanzern oder so, dem wird hier geholfen. Ignorieren wir mal den etwas skurrilen Namen des Sets. Ansonsten, ja, mein Gott, eine Bunkeranlage hat ganz gute Details mit dabei. Und ich vermute mal, wenn ich mir hinter der Kanone den Sitz angucke, dass das Ganze im Minifigurenmaßstab ist. So in etwa sieht es zumindest aus. Und dann haben wir ein Polizeiauto der 60er Jahre. Okay, sind die wirklich mit solchen Kisten rumgefahren? Das sieht ein bisschen aus wie ein Mustang oder sowas, oder? Wie so ein Muzzle Car. Die 107-938. Und das gute Stück hat 197 Teile, ebenfalls aus der Modbricks-Reihe. Ich bin gerade überlegen, nee, Blues Brothers, die sind auch mit einem anderen Polizeiauto rumgefahren. Bin mir nicht ganz sicher, was das für ein Auto sein soll. Aber auch hier wieder. Ich bin nicht wirklich der Experte. Als wahrscheinlich 8-Noppen-Auto, oder? Es geht mehr so, ja, doch in die 6-8-Noppen-Richtung ist es roundabout 6 cm breit, 4,5 hoch und 14,5 lang. Dann haben wir ein Krimskrams-Laden. Okay, was auch immer das sein soll. Die 107-939 vom Martin Designed aus dem Modbricks-Team. Und das gute Stück hat auch knapp über 500 Teile. Und ja, es ist wirklich viel Krimskrams innen drin. So ein bisschen wie ein 7-Eleven oder so. Tante-Emma-Laden, könnte man auch dazu sagen. Und hat ungefähr 13,5 mal 25,5 Teile. Äh, Noppen. Zentimeter. So, jetzt haben wir es. Ich glaube, ich hätte lieber doch noch auf den zweiten Kaffee warten sollen. 9,1 Zentimeter Höhe. Und dann dazu passend noch ein Bioladen. Die 107-940. 537 Teile sind das dann. Ist ein bisschen tiefer. Ähm, 16,5 Zentimeter mal 25,5. Also 32 Noppen. Äh, das ist so weit klar. Und dann, weiß ich nicht, 18 oder so. Vielleicht in der Tiefe. Roundabout. 10,9 in der Höhe. 537 Teile auch von Martin Designed. Und ja, mei. Sind relativ schlichte, einfache, kleine Sets. Aber ich finde das gar nicht mehr so schlecht. Und dann haben wir ein Set. Da müsst ihr mir mal helfen in den Kommentaren. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Vom Farbschema sieht es so ein bisschen nach Leuchtturm des Astronomen aus. Das war meine erste Vermutung. Hö, ist das irgendwie eine Erweiterung, die ich nicht verstehe? Aber ich weiß echt nicht, was das sein soll. Das Set heißt nur Die Glocke. Die 107-941. Ist aus dem Modbricks-Bereich. Hat also nichts zu tun mit Leuchtturm des Astronomen. Und ich habe echt keine Ahnung. Was soll das sein? Ich weiß es nicht. Bestimmt, wenn es mir jemand in die Kommentare schreibt, dann denke ich nur, ja klar, ist doch logisch. Aber irgendwie jetzt im Moment gerade bin ich komplett überfordert. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich kann auch nicht viel mehr über das Set sagen, außer dass es 709 Teile hat. Und dann haben wir noch, das hätte ich vielleicht in die Reihenfolge ein bisschen anders machen sollen, ein Pralinen-Geschäft. Ebenfalls aus dem Modbricks-Bereich von Martin dort designt. Und das ist die 107-942. Und ja, eigentlich ganz witzig gemacht. Ist so eine Art Mini-Modular. Aber die Modularität ist ein bisschen anders gestaltet. Nicht indem man die Decken abnimmt. Auch nicht mit rausklappbaren Rückwänden. Sondern unten kann man sie einfach komplett rausnehmen. Und oben kann man quasi das Stöckwerk rausziehen. Finde ich eine schöne Idee. Gerade auch so eine Richtung kleineres Modular gedacht. Persönlich mag ich in der Größenordnung lieber, wenn man die Gebäude einfach komplett aufklappen kann. Aber trotzdem auch ein sehr schöner Entwurf. 683 Teile. 13,6 x 14,5 cm in der Fläche. Und 20 hoch. Also wird es wahrscheinlich raud gebaut auf einer 16 x 16 Loppenplate. Stehen vielleicht an einer Seite nochmal. Naja, wahrscheinlich sind das einfach nur diese kleinen Vorsprünge, die da ein bisschen vorhängen. Dadurch ergibt sich dieser leichte Größenunterschied bei Breite und Tiefe. Dann am Bluebricks Bundeswehrreihe eine weitere Ankündigung. Die schwere Panzerhaubitze 203 mm. Die M110A2 aus der Bundeswehrreihe von Bluebricks. Also den 1 zu 30 Modellen. Und das ist die 107-627 angekündigt. Gerade mal 769 Teile. Und wenn ich das richtig sehe, hat es insofern eine 2-in-1-Funktion, dass man das Rohr noch ein bisschen verlängern kann. Ich persönlich kannte das Fahrzeug ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht so tief in der Bundeswehrausstattung drin. Weiß gar nicht, ob die Bundeswehr das gute Stück heute noch im Einsatz hat. Und dann noch eine weitere Ankündigung zur Burg Bärenfels. Da haben wir auch schon jetzt ein paar Wochen nichts mehr gesehen. Da wird es jetzt noch Stallungen geben. Die 107-783. Zwei Pferde sind mit dabei. Singbau-Pferde, soweit ich das sagen kann. Auf jeden Fall mal ist es von der Form her vom Jo designt. Und wie viele Teile wird das Ganze haben? 493. Ist ein klassisches Bluebricks-Special. Die Burg Bärenfels ist ja eins oder wenige Reihen von Bluebricks. Vielleicht sogar die einzige. Aber Western war es damals auch so. Da gab es so eine Mischung aus Special und Bluebricks Pro. Das ist eben auch hier so. Die Burg Bärenfels, die beiden Grundsets, die sind ja beide Bluebricks Pro gewesen. Mit Go-Bricks-Stein und alles andere. Soweit ich weiß, waren bisher Specials mit Kuhn-Long-Stein. Und das wird auch hier so sein. Wobei sie ja dann immer wieder auch diese Singbau-Hauptpferdchen dann noch mit einpacken. Alles in allem ganz nett. Ist natürlich sehr, sehr klein, diese Stallung. Auf der anderen Seite auch hier wieder durch die Modularität kann man ja auch mehrere dieser Stallungen nebeneinander setzen. Das müsste eigentlich auch ganz gut passen. Vielleicht sollte man dann unten diese runden Plates so ein bisschen austauschen. Dass man da, sagen wir mal, eine bisschen konstantere Reihe hinbekommt. Aber ich sage mal, mit sehr minimalem Umbau kann man daraus auch eine, was weiß ich, eine Anlage für vier, sechs oder acht Pferde oder sogar mehr machen. Dann noch ein paar Verfügbarkeiten. Bei Stargate geht es jetzt endlich los. Da haben wir zum einen jetzt verfügbar das Antica-Schiff, die Aurora, die 106-848. Ich nehme die Maus den Favoriten raus. Da bin ich gefragt worden, ob ich dazu ein Review machen werde. Ist im Moment nicht geplant. Stargate ist einfach für mich ein bisschen schwierig, weil ich mich da so wenig auskenne. Ich habe gestern, glaube sogar letzte Woche auch schon lange im Stream darüber gesprochen, warum ich das nicht mache. Weil ich einfach glaube, das ist wie Star Trek oder Star Wars. Man muss da ein bisschen tiefer drin sein, um den Sets gerecht werden zu können. Das sind Sets für Fans. Das ist bei solchen Lizenzthemen, bei großen popkulturellen Themen einfach so. Und da tue ich mich ein bisschen schwer. Ich kann mich in vieles hineinversetzen, für das ich mich privat nicht so arg interessiere wie Autos, Züge. Aber hier, das wäre dann doch ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Aber ich bin mir sicher, es wird Rezensionen von anderen Outlets da draußen geben, die ein bisschen tiefer drin stecken. Aber jetzt ist es verfügbar für 65 Euro. Macht 5,8 Cent pro Teil. Nähern sich dem 6-Cent-Bereich. Ist aber ähnlich wie Star Trek, was das angeht. Und ich habe noch kein Gewicht dafür bekommen. Wie man sieht, es wurden schon einige Informationen gemeldet. Scheinbar haben schon Leute angefangen, das Ganze zu bauen. Deswegen hat die Set-DB jetzt schon ein paar mehr Infos. Unter anderem, dass 14 Teile bedruckt sind. Kein Sticker drin. 1.128 Teile und 65 Euro. Wenn ihr weitere Informationen habt, zum Beispiel in dem Falle, wie schwer das Set ist, dann könnt ihr das immer über diesen Link fehlende oder fehlerhafte Daten einreichen. Das ist das eine. Und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr auch gerade dieses Stargate-Sets, die ja doch viele da draußen interessieren. Ich sage ja immer, traut keinem YouTuber. Traut auch nicht mir. Traut der Community. Aber Voraussetzung dafür ist, dass wir ein paar Bewertungen haben, damit wir auch ein Quorum erreichen. Ich glaube, das wird viele sehr da draußen interessieren. Natürlich nur, wenn ihr das Set selber auch schon gebaut habt. Und dann haben wir die F302 jetzt verfügbar. Die 1.06843. Für die wir Blubricks 80 Euro haben. Die hat aber auch ein paar mehr Teile. 1.356, um genau zu sein. Und das macht dann 5,9 Cent pro Teil. Und dann haben wir den Monster Truck verfügbar. Die 1.07308. Für die 1.620 Teile will Blubricks in ihrem eigenen Store 6,2 Cent pro Teil haben. Sie haben es eigentlich auch, wie man hier sieht, bei Amazon gelistet. Ich führe diese Links immer mit auf zu Amazon. Eigentlich macht das nie wirklich Sinn, weil Blubricks immer mehr Geld bei Amazon für ihre Sets haben will. Klar, sie müssen ja auch die Amazon-Checks zahlen. Und dann haben wir das Update-Kit für die Bergfried-Erweiterung. Die ist jetzt ebenfalls verfügbar. Die 1.07.091. Wir erinnern uns, das war ja ein Set, das zum Ziel hatte. Sind da ehrlich? Vier Anleitungen mit dabei? Oh mein Gott. Jetzt muss ich im Nachgang mal prüfen, ob die ZDB das falsch hat. Das wäre auf jeden Fall verrückt, wenn es vier, ganze vier Links gäbe. Wie dem auch sei. 1.07.091. 195 Teile. 10,05 Euro pro Teil. Und die Idee dahinter ist, dass man halt den ursprünglichen Bergfried umrüsten kann. Dass er technisch von der Rückwand her mehr so funktioniert wie der neue Bergfried. Ist Geschmackssache. Ich habe den neuen nie gebaut. Ich kenne nur den ursprünglichen. Fand den eigentlich nicht schlecht. Es war halt nur so, dass die Rückwand relativ schwer rauszunehmen war. Wobei man das mit ein paar kleineren Umbaumaßnahmen auch selber ganz gut korrigieren konnte. Gut. Weiter. Die Neuauflage des Shuttles der Klasse F ist verfügbar. Die 1.07.0. Dafür will Blubrixx 43 Euro haben. Macht 5,6 Cent pro Teil. Und wie man sieht, auch hier haben wir schon ein paar mehr Informationen bekommen. Ich glaube, im Vergleich zum Vorgänger ist nicht nur das neue Packungsdesign. Das Ding hat auch deutlich mehr Drucke bekommen, soweit ich weiß. 767 Teile. Ebenfalls jetzt verfügbar von den Specials der Polizei Survivor. 1.07.560. Ja, so ein Sondereinsatzkommando-Fahrzeug, oder? Würde ich mal sagen. Ist auch im Grunde 8-Noppen-Auto. Also das, was Lego Speed Champion nennt. 248 Teile. Und dafür will Blubrixx 13 Euro haben. 5,2 Cent pro Teil. Dann haben wir das Tunnel-Rettungsfahrzeug. Die 1.07.467. 323 Teile. Hat das gute Stück und hat einen Listenpreis von 15 Euro. Macht 4,6 Cent pro Teil. Und last but not least. Ebenfalls von Blubrixx verfügbar ist TLF Straße und Schiene. 1.07.466. Ebenfalls ein Einsatzfahrzeug in dieser Größe. 17 Euro. Will Blubrixx dafür haben. Macht 5 Cent pro Teil. Also für die Freunde von Blubrixx einiges neu verfügbar. Stargate sicherlich für die Fans dieser Reihe ein ganz großes Highlight. So, dann kommen wir zu Kobi. Da haben wir jetzt Vorbestellungsmöglichkeiten für die beiden 747s. Da haben wir einmal die 747 First Flight Edition. First Flight Edition ist ja bei einigen Flugzeugen so ein bisschen, würde ich mal sagen, die Analogie zur Executive Edition. Das heißt, es ist einfach noch ein bisschen anders. Und die Idee ist hier eben bei diesen Flugzeugen wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, die First Flight Edition. Also das so, wie es aussah beim Erstflug. Das ist, glaube ich, die Idee, die sie damit verfolgen. Das war 1969. Jupp, die 747 ist nicht ganz jung. 2.26609 ist das von Kobi. Und ihr könnt das jetzt vorbestellen von Fuchs für 59 Euro. Müsste eigentlich jetzt auch bald mal losgehen. Und dann haben wir als zweite Variante der 747 die Air Force One, die 26610. Und die könnt ihr vorbestellen bei Fuchs und Bregmo aktuell schon um die 62 bis 64 Euro. Das sind übrigens 5,6 Cent pro Teil für die First Flight Edition. Und für die Air Force One, also das Flugzeug des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ich glaube, die Amerikaner haben zwei davon immer, oder? Wie immer sei, 62 Euro, 5,7 Cent pro Teil. Dann sind einige, da habe ich jetzt mal nur eine von gelistet, von den ganzen Chesnas. Die gibt es ja, glaube ich, in drei verschiedenen Farben. Können jetzt erworben werden. Und hier aktuell am günstigsten Bregmo mit 17 Euro. Auch hier wieder geht einfach mal auf Kobi. Auch in der ZDB, da ist noch ein bisschen mehr verfügbar geworden. Das habe ich jetzt an der Stelle abgekürzt. Dann von DK haben wir noch eine Ankündigung für eine Papagei, der, wie ich finde, sehr cool aussieht. Blurix hat angekündigt, dass sie den reinkriegen werden. Die 6015. Und irgendwie finde ich das ziemlich, ziemlich pfiffig. Das heißt übrigens nicht nur Parrot, sondern Parrot Flower Frame. Und ja, der hat einen ziemlich abgefahrenen Schwanz. Ich finde die Bautechnik auf jeden Fall ganz interessant. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, das Set ist natürlich auch gut fotografiert, sage ich jetzt mal. Aber gefällt mir einfach auch von der ganzen Idee her sehr, sehr gut. Schick gemacht. Cooles Set. Allerdings noch nicht verfügbar. Damit kommen wir zu Lego und kommen ein bisschen zum Highlight. Und wie man sieht, ich habe mir schon Verfügbarkeitsalarm draufgesetzt. Ich überlege das Ding zu bauen. Das bezieht sich auf Batman, die Zeichentrickserie. Gotham City als Kunstwerk. Diorama. Das ist interessant, finde ich eigentlich. Erstmal ist die 76271. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also das ist auf jeden Fall witzig gemacht. Ich glaube, die Intention hier ist nicht, dass man es an die Wand hängt, sondern dass man es eher auf ein Regal stellt. Denn wir haben eben eine ganze Menge an Gebäudenobjekten, die man dann so 3D-mäßig so ein bisschen davorstellen kann. Wir haben hier eine Menge Micro-Builds, Nano-Builds. Und ich muss sagen, von all diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal Kunstwerken in Klembaustein, ist es eigentlich das, was mir bisher am besten gefällt. Es ist doch sehr schön tief geworden. Ich finde auch das Farbenensemble absolut genial. Ja, durch und durch ein cooles Set. Man wird natürlich ein bisschen Regalplatz dafür brauchen. Auch ein sehr witziges Minifigurenensemble. Und einfach, ja, durch die Bank ein sehr witziges Teil. Wenn ich das hier richtig interpretiere, wenn man sich das Bild hier unten anguckt, dann kann man diese kleinen Builds, die da jetzt auf diesem Hauptfoto einfach nur so davor hingestellt sind, auch an dem Ding durchaus befestigen. Ob es bei allen so ist oder nur bei einigen, weiß ich nicht so genau. In dem Falle könnte man es dann eben doch auch an die Wand hängen, was man auf diesem Bild unten rechts sieht. Und dann oben dieser Batman-Schriftzug da drauf. Das sieht schon einfach alles richtig klasse aus. Ich bin selber noch nicht mal ein Riesenfan der alten Batman-Zeichentrickserie. Ich meine, ich habe die natürlich damals auch gesehen. Aber, wie gesagt, insgesamt richtig, richtig, richtig cool gemacht. Sieht wirklich klasse aus, finde ich. Freien vom Klemmbaustein-Design. 4.210 Teile, vier Minifiguren, 300 Euro Belege dafür haben. 7,1 Cent pro Teil. Und ich vermute mal, das dürften nicht so viele große Teile sein. Wobei dieser ganze rote Hintergrund, da ist schon einiges an Material reingeflossen. Wahrscheinlich wird es am Ende doch schwerer sein für die Anzahl Teile, als man denken mag. Auf jeden Fall. Insgesamt, ja, weiß ich auch nicht. Das ist das erste Mal von diesen Kunstwerken, nenne ich sie jetzt einfach mal, die Lego macht, die mir das auch wirklich für mich funktioniert. Das gute Stück wird 76 Zentimeter breit sein, 41 hoch und roundabout 6 Zentimeter tief. Die 6 Zentimeter, hätte ich gedacht, wären mehr. Aber ja, bin sehr gespannt drauf. Plane auf jeden Fall ein Review dazu zu machen. Und dann haben wir drei Super Mario-Sets. Dazu werde ich mit Sicherheit nichts machen. Da haben wir einmal Super Mario, den Showdown mit Roy im Pilzpalast, die 71435. 738 Teile und, äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist auch, ja, das gehört auch zu diesem Super Mario-Spiel. Das sind, wenn man so will, so ein bisschen größere Gebäude, die man da wahrscheinlich dran anschließen kann. Würde ich jedenfalls mal vermuten. Wir sehen es hier auf keinem Bild, aber es sieht schon ein bisschen so aus. 65 Euro will Lego dafür haben, soll am 1. August kommen. Habe ich übrigens gerade bei Batman vergessen. Das ist ein Set für jetzt schon Anfang April. Offizielles Release ist 4. April. Mit anderen Worten, wahrscheinlich online, wer ein Insiders oder VIP-Account oder wie auch immer hat, wird wahrscheinlich am 1. April loslegen können. Jetzt bei den Mario-Sets, das sind alles schon August-Ankündigungen. Keine Ahnung, warum die da jetzt schon so früh rauskommen. Nach dem Pilzpalast haben wir dann noch das Buhus-Spuckhaus. Spuckhaus wahrscheinlich eher, nicht Spuckhaus. Das C fehlt. 75 Euro will Lego für das gute Stück haben mit 932 Teilen. Und ja, ich finde immerhin, hier muss man sagen, sind ganz coole Teile drin. Ich glaube trotzdem, dass Super Mario-Sets sich eigentlich nicht wirklich zum Ausschlachten taugen. Allerdings, wenn diese Sets den üblichen Weg des, okay, irgendwann gibt es uns so 40% Rabatt, dann könnte man drüber nachdenken. So liegen wir schon bei 8 Cent pro Teil. Aber ja, immerhin in dem Set sind gute Teile drin. Und dann, was ich eigentlich schon wieder ganz cool finde, ist der Bowser-Schnellzug. Den finde ich ganz witzig. Die 71437. Ebenfalls 1. August. 120 Euro, nicht billig. 1.392 Teile. Aber irgendwie sieht der cool aus. Also den, ich kann zwar auf diese Mario-Figuren ganz gut verzichten, aber den Zug selber finde ich eigentlich ganz witzig. Vor allen Dingen die Lokomotive, die hat irgendwie was. Also ich glaube, den zu motorisieren und damit durch die Anlage zu kurven, könnte auf jeden Fall großen Spaß machen. Vielleicht ein paar coole Minifiguren reinsetzen anstelle von diesen riesen Mario-Viechern. Dann könnte das ganz witzig sein. Dann haben wir von TGL eine Verfügbarkeit. Sportscar in Lime. Die TGL-Fahrzeuge haben ja immer nicht so wirklich, haben ja nicht so wirklich immer einen gescheiten Namen. Da steht dann einfach nur Supercar oder das ist mehr so die Reihe. Aber wir wissen, dass es 6628 Teile hat. Es ist ein 1 zu 6 Modell. Das sehe ich gerade fehlt in der ZDB. Ne, steht drin. Da lag ich falsch. Wo war, ah, hier steht es doch im Maßstab 1 zu 6. Ist doch alles da. Wir können aber kurz noch nachreichen, dass das laut TGL ein 8 Plus Set ist. Also tragen wir das hier gleich ein. Siehst du mal. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Jetzt war Bluebricks verfügbar für 280 Euro. Macht gerade mal 4,2 Cent pro Teil. Für den Technik-Set von TGL kann man da wirklich nicht meckern. Und damit kommen wir zu den Leseempfehlungen. Wir sind bei Sets schon durch. Da haben wir einmal vom, äh, Christian hat das gemacht, oder? Ja, genau. Christian hat, ähm, bei uns veröffentlicht ein, ähm, Review der neuen F-22 Raptor. Die 5855 von Kobi, ähm, sehr wie immer sehr umfangreiches, äh, sehr umfangreiches Review. Bin sehr froh, dass der Christian da immer wieder, äh, die Sachen baut. Ich selber hab ja, bin ja ziemlich unbedarft nach wie vor, was diese Flugzeuge angeht. Sehr, sehr cool gemacht, finde ich das hier natürlich auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der F-22, ne, aufgrund ihrer Tarn-Eigenschaften, dass sie, ähm, ihre gesamte Bewaffnung inlassen muss. Also die Zeiten, wie früher noch bei der F-16 oder so, wo alles außen dran hängt, das ist ja so ein bisschen vorbei bei diesen moderneren Flugzeugen. Und, äh, ja, was gibt's noch zu sagen? Ähm, umfangreiches Fazit, äh, da könnt ihr eine Menge lernen. Und dann von mir veröffentlicht, vom Pantasy, die neue Boeing Dreamliner, die 787-9 ist die Variante von Xiamen Airlines, die 11-0-17. Eigentlich ein sehr schönes Set, das mich vor allem überrascht hat, wie riesig der Oschi ist. 55 mal 55 Zentimeter, ziemlich quadratisch. 20,5 hoch, das ist natürlich mit der Ständer-Variante. Man kann sie auch auf den Boden stellen. Wenn euch das interessiert, ähm, das Set wurde mir von Pantasy zur Verfügung gestellt. Das sollte man mal wissen. Ansonsten, ja, ich find's ja im Inneren, ähm, ist ein bisschen merkwürdig. Man kommt A später nicht mehr innen ran, das wird komplett zugebaut. Aber es gibt eine Bestuhlung, die ist natürlich nicht realistisch. Die Stühle sind viel zu groß, ähm, das sind viel weniger, als sein sollten. Aber ich find's schön angedacht. Und dann vorne im Cockpit geht's so ein Minifiguren-Maßstab zur Sache. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ähm, soll wohl witzig sein, ich weiß nicht so genau. Äh, Pantasy, Humor. Aber ansonsten ist es insofern ambitioniert, weil es so Kobi-mäßig bedruckt ist. Also man sieht schon hier, alles, was man hier blau sieht, sind im Grunde weiße Steine, die bedruckt wurden. Und, ähm, das funktioniert so mäßig, ne. Man sieht halt relativ viele weiße Kanten. Das funktioniert nicht so gut, bis an die Ränder ranzudrucken. Und was ich auch festgestellt hab, da sind relativ viele, was sind das? Sind das Slopes? Also die Unterbodenteile quasi, das ist so diese raue Strukturüberfläche, wie man sie auch von den großen Slopes kennt. Und die zu bedrucken ist nicht ganz einfach. Das wirkt nicht. Ja, man sieht das hier unten. Das wirkt so ein bisschen merkwürdig. So wie, keine Ahnung, altes Papier, das bedruckt wurde. Aber, äh, nichtsdestotrotz, ein Set, das bis auf die Nase eigentlich komplett ohne Sonderteile auskommt und in der Masse mit regulären Teilen geprägt wurde. Was, äh, ungewöhnlich ist, aber eigentlich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und dann, last but not least, Hagrid's Hütte kam gestern raus. Die 76428, habe ich rezensiert. War eigentlich für mich persönlich so ein bisschen das Highlight aus der neuen, ähm, Harry Potter-Welle. Es werden aber noch deutlich mehr Reviews kommen. Insgesamt diese Woche haben wir, glaube ich, fast jeden Tag ein Review. Heute weiß ich es gerade nicht, aber an den anderen Tagen. Also wir sind sehr, sehr aktiv hier gewesen beim Bau. Und dann habe ich mir das hier mal genauer angeschaut. Auch die neuen Sammelfliesen. Drei Stück habe ich jetzt schon davon. Und insgesamt muss ich sagen, wirklich ein sehr, sehr schönes Set. Ähm, ich habe schon in der Vergangenheit darüber gesprochen. Ich mag auch das neue Sammelfliesen-Konzept. Das erste Mal, dass Lego sowas macht, dass es mir gefällt. Weil man mit den Dingern auch wirklich was anfangen kann. Und, äh, das Ding hat ein paar ganz abgefahrene Bautechniken drin. Man schaue hier mal auf die Dachkonstruktion. Wirkt ein bisschen over-ingeniert teilweise. Aber insgesamt sehr, sehr schön. Ähm, was mir halt einfach so gut gefällt, ist, dass das, ähm, Puppenhaus-mäßig bespielt werden kann, wenn man es aufklappt. Aber wenn man es gut klappt, hat man ein vernünftiges Gebäude. Das ist halt, aus meiner Sicht, sollte das die Zukunft von Harry Potter sein. Das finde ich deutlich besser als diesen ganzen flachen Käse, den sie machen. Und das Set hat so gut wie keine Sticker. Ein bisschen was im Innenraum. Und auf die kann man auch gut verzichten. Die Bautechniken sind sehr erwachsen. Also roundabout ein sehr rundes Set, das, glaube ich, auch für Erwachsene interessant ist. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei. Äh, dann noch, äh, kurzen Hinweis, wie immer, oben in der ZDB, wenn ihr, oder auf merlinsteine.de, wenn ihr auf Community geht, findet ihr dort ja wie immer Events und Ausstellungen, Wettbewerbe, Dauerausstellungen. Dann nochmal ein kurzer Hinweis. Auch hier wie immer, lasst mich wissen, wenn irgendetwas fehlt, einzige Voraussetzung ist, was hier, glaube ich, nicht so gut steht, ist, ich will es schon verlinken können. Und bitte nicht auf irgendwelche Facebook-Gruppen oder so, für die man sich bei Facebook anmelden muss. Also das ist meine einzige Voraussetzung. Das Event muss irgendwas öffentlich im Internet haben, damit ich es verlinken kann und auch verifizieren kann. Wenn das so ist, dann verlinke ich hier gerne auf anstehende Events. Jetzt erstmal hier natürlich sehr, sehr gerne auf unsere Freunde von den Hildesheimer Steinewelten. Kennen die Organisatoren teilweise. Freut mich riesig, dass es für die jetzt endlich losgeht. 30. März am Samstag und Sonntag. 31. März in der Volksbank Arena in Hildesheim. Das ist leider dann auch alles für März bei den größeren Sachen. Im April wird es dann deutlich interessanter. Brixam mehr Intermodellbau. Das heißt interessanter. Ich will Hildesheimer Steinewelten oder Steinwelten nicht abwerten, aber es ist halt nur eine Veranstaltung. Und im April haben wir immerhin schon drei hier verlinkt. Aber auch da wie das kann natürlich auch sein, dass mir was fehlt. Lasst es mich wissen. Schreibt mir eine E-Mail. Okay, dann reden wir darüber und fügen das eventuell hinzu. So, dann legen wir los mit Mox der Woche. Und da haben wir von Gabi Son das Medieval Town Diorama. Insgesamt haben die, glaube ich, drei solche Dioramen veröffentlicht. Wir reden vielleicht nachher noch über ein zweites. Genau, sie haben das nämlich auch für Schneewittchen, die sieben Zwerge und für die Finnhütte gemacht. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Medieval Town Diorama. Also für die neue 10.332, für das ich ja am Sonntag, also vorgestern, auch ein Review veröffentlicht habe. Die Idee immer gleich, euch ein bisschen einen Startpunkt zu geben, würde ich mal sagen. Wie man das Ding in eine Diorama-Konstruktion einbetten kann. Ich finde die Idee hier von Gabi Son nicht schlecht. Es ist natürlich relativ tief. Da muss man auch ein Regal haben, wo das so drauf passt. Aber auf jeden Fall mal von der Sandwich-Konstruktion, die da drunter liegt, die auch ein Stück weit modular ist. Ihr seht die ganzen Techniklöcher, ein paar Baumkonstruktionen. Also ich glaube, das kann ein ganz guter Startpunkt sein, wenn man darüber nachdenkt, wie man diese Sets irgendwie einbetten will. 8 Dollar soll das Ganze kosten, die Anleitung, und umfasst 2.156 Teile. Wem das noch nicht genug Castle war, kann man hier noch für den Forest Man Outpost hinzufügen, der auch relativ klein ist. Aber ich finde, für gerade mal 627 Teile echt was hermacht. Ist teilweise auch ein bisschen simpler gebrickt, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich mir übrigens diese graue Konstruktion angucke, deutlich aufwendiger als das graue Gebäude in dem Town Square jetzt von Lego. Also da haben sich die Lego-Designer nicht gerade mit Ruhm gekleckert. Wie dem auch sei, Medibrix hier will 5 Euro haben für die Anleitung. Wie ich finde, einen sehr schönen Bau. Auch wieder simpel, auch große Felsteile mit drin. Das ist schon, ich sag jetzt mal ein bisschen Lego-Vibe im Sinne. Alles ein bisschen simpler gestaltet für einen Mock. Aber auch das kann ja richtig schön sein. Und dann gehen wir weiter zu Toothless. Das ist aus How to Train Your Dragon. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Serie im Deutschen hieß. Meine Kinder haben die vor ein paar Jahren mal geguckt. Jetzt schon lange nicht mehr. Ich fand aber das Drachen-Artwork dort immer super spannend. Hat mir immer gut gefallen mit diesen riesen Frosch-ähnlichen Köpfen. Und Louis Inman hat hier Toothless, das ist ja glaube ich so, das ist ja dieser Schwarze. Meine Kinder haben ja auch immer erzählt, wie der Name ist von dem. Habe ich vergessen, wie der Drache heißt oder wie diese Drachensorte, diese Schwarzen hießen. Nachtschatten, Tinten, ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist das hier Toothless 7. Ein britischer Pfund soll das Ganze kosten. Und ich finde es eigentlich ein sehr nettes Design. Nicht unbedingt von der Seite, aber gerade so von vorne aus diesem leicht schrägen Winkel. Vor allem auch eben diese sehr besondere Kopfform, finde ich, ist ganz hervorragend gelungen. Und dann kommen wir zum Guarded-In. Das ist aus der 10.332 schon der erste Alternate-Bild. Das hat mich ziemlich überrascht, wie schnell das geht. Und das ohnehin jetzt hier, Dream-Build Bricks, ein Designer, wo man viele sehr, sehr abgefahrene Alternate-Bilds, Modifikationen, Erweiterungen findet. Zu vielen dieser Sets. Und also wer da Lust zu hat, ich habe glaube ich über fast alle Sets, die wir hier oben berichten, hier oben jetzt gerade sehen. Die letzten 7, 8, 9 von diesem Designer habe ich über fast alle berichtet. Aber auch unten, guckt euch mal die ganzen Burgen an. Also wer auf Castle steht, dem wird bei Dream-Build Bricks geholfen. Und hier haben wir das Guarded-In. Wie gesagt, eine Modifikation, wenn ich das richtig verstehe, von der 10.332. Und das Ganze hat dann 767 Teile und die Anleitung ist kostenlos. Und dann haben wir ein Peter-Build. Peter-Build? Ich weiß nicht so genau, wie die Amerikaner das aussprechen. Peter-Build wahrscheinlich. 3, 8, 9, der auch remote-controlled werden kann. Im Maßstab 1 zu 23 von Own Gaming. Ordentlich Chrom reingebacken. Aber ich glaube, diejenigen, die auf solche Sets stehen, sind auch bereit, ein paar Euro für auszugeben. Für Custom-Chrome-Teile. Und ja, ich finde das Ding sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Wurde, wie man sieht, auch im Original gebaut. Darin ist es in einem etwas einfacheren, preisgünstigeren Farbschema mit Light Blue-ish Grey anstelle von Chrom. Aber klar, ich gebe schon zu, das macht ihr auf Rebrickable schon mehr her mit dem ganzen Chrom. Aber ja, ich finde es ein sehr schöner Peter-Build-Bild. Es ist ein Systemsteinbau, keine Technik. Es wird sowas von Zeit, dass Lego sowas mal wieder macht. Und dann kommen wir zum Medieval City of Raven's Tale. Raven's Watch von Brickchester. 5.638 Teile. Kein Pappenstiel. Und er will auch 37 Euro haben für die Anleitung. Das ist nicht ohne, das ist sehr, sehr hoch. Aber auch hier wieder gilt wie immer, ich glaube der Kauf der Anleitung ist das geringste der Probleme, wenn man 5.600 Teile verbauen wird, zumindest wenn man es von Lego tut. Wir haben in der Vergangenheit schon über viele seiner Mock-Designs gesprochen. Die sehen schon alle richtig, richtig gut aus. Muss man wirklich sagen, auch dieses hier gefällt mir einfach. Es ist einfach ein sehr schönes, sehr detailliertes Design. Trotzdem glaube ich, wenn man sich allein die relativ simple Noppenpracht am Boden anguckt, das ist wieder etwas, wo man auch selber nochmal Hand anlegen kann, was ich ja immer sehr gerne mag. Lieber mal bei den Sets, aber auch bei den Mocks ein bisschen einfacher zur Sache gehen, weil Details ist ja etwas, was ein bisschen auch Geschmackssache ist. Und so ein bisschen wie nachwürzen, ja. Man muss das Essen nicht immer salzen bis zum Anschlag, weil jeder ist da ein bisschen anders. Und das sehe ich eben bei solchen Sachen auch. Finde ich gar nicht schlecht, wenn Designer es dann nicht so arg krachen lassen, sondern lieber den Käufer oder Bauer selber machen lassen. Und dann kommen wir zu einem sehr schönen, zu einer sehr schönen Skyline. Immer wieder sehen wir das auf Rubrikable, dass Leute Skylines machen. Die hier, muss ich sagen, hat es mir wirklich angetan. Das soll nämlich Cape Canaveral sein. Das Kennedy Space Center, sehr, sehr schön umgesetzt von Mason Rye. 438 Teile gerade mal. Ich glaube, das sollte für jeden zu schaffen sein und auch nicht zu teuer werden. Ich vermute mal NASA hier unten, das ist ein Sticker. Aber die amerikanische Fahne, die war, glaube ich, mal im Weißen Haus damals dabei. Die gibt es als Druck. Und ich glaube, auch ohne das NASA-Schild dürfte man sehr viel Spaß damit haben. Also, glaube ich, auch etwas, wo man nicht unbedingt auf Custom-Drucke oder sowas zurückgreifen muss. 5 Dollar, 438 Teile. Sehr schönes Theorama. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir mal wieder ein Alternate-Bild von P.L. Mox natürlich. Unser Mann für Modular Alternate-Bilds. Der hat sich das National History Museum mal wieder vorgetnöpft. 3.098 Teile hat er daraus genommen. Ich glaube, das Set hat 4.000. Hat ein klassisches 32x32 Modular gemacht, nämlich ein Jazz Club. Oder ein Jazz Café nennt er das. Und ist natürlich sehr, sehr nett. Dürfte auch sehr gut zu dem Jazz Club von Lego passen. Aber allen für sich genommen auch sehr schönes Gebäude. Mit diesem offenen Erdgeschoss, wenn man so will. Nach oben offenen. Richtig cool gemacht. Und nutzt hier wirklich sehr, sehr schön, was er an Teilen zur Verfügung hat. Man muss natürlich sagen, das National History Museum hat wirklich vom Farbenensemble sehr coole Teile drin. Insofern, da kann man schon einiges mit machen. Gefällt mir richtig gut. Und dann Pixel, denn der war super fleißig. Wie immer natürlich auch super genial präsentiert. Da haben wir einmal Death Star 2 Attack plus Free Micro X-Wing. Also sprich, ich glaube, wenn man dieses Diorama hier kauft, also quasi seine Interpretation des Trench Runs, dann kriegt man von ihm auch noch sein X-Wing Micro Build, über den wir vor kurzem schon mal gesprochen haben. Mit dazu 928 Teile. Wenn ich das richtig verstehe oder vermute mal, das ist dann ohne den X-Wing. Bin mir nicht ganz sicher, aber der wird eh teilemäßig keinen großen Unterschied machen. Insgesamt muss man sagen, das war falsch, ich wollte auf Pixel dann klicken. Hat er mehrere Sachen. Also wir haben ja schon den X-Wing Micro Build. Wir haben über den Micro Falcon gesprochen. Dann hat er auch noch einen Micro A-Wing dazu gemacht. Sehr schöne Micro Build. Mir gefällt der X-Wing auch sehr, sehr gut. Ist allerdings, ja, der ist einen Ticken größer, würde ich mal sagen, als der von Lego, vom Lego Trench Run. Aber sein Trench Run gefällt mir auch richtig gut. Richtig schöne Interpretation des Themas. Komplett anders gemacht. Wirkt aber durchaus sehr authentisch. Aber ist schon vom Design her wirklich anders gemacht, als der von Lego. Mehr auf dieses Röhren-System verlegt. Und eben auch teilweise, man sieht, hier geht die Brücke auch oben drüber, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und dann gehen wir weiter zum Enchanted Forest. Aya Gabison hatte ich ja schon drüber gesprochen. Der hat eben auch noch was gemacht zu Schneewittchen und die sieben Zwerge. Zu dem neuen Disney-Set von Lego, das ja gleichzeitig rauskam. Mittel im Mittelalter zum, jetzt, als Teil der Märzwelle. Und auch hier wieder gleiche Idee, gleiches Konzept. 8 Dollar, 2238 Teile. Nur dieses Mal eben für Schneewittchen. Auch noch mit diesem Höhleneingang mit dabei. Super interessant. Und dann hat Bricks of Maze jetzt veröffentlicht. Die Tente vor Mega Hallway. Okay, das wird als Alternate-Bild klassifiziert. Ich glaube, in der Description steht, dass man dreimal das Boarding-Set braucht. In Rebrickable hinterlegt wurde es nur einmal. Viele Designer machen das auch, dass man das gleiche in Rebrickable erkennen kann, dass es drei sind. Aber ich meine, es steht im Text, dass man hier drei Stück davon braucht. Und ja, ich finde es eine sehr schöne Interpretation. Es war ja relativ offensichtlich, dass es das geben würde in Massen. Ich glaube, haben wir auch schon auf YouTube gesehen. Ich vermute mal genau dieses Design. Und ja, gefällt mir richtig gut. Einziger Nachteil ist natürlich, wenn man das Ding dreimal kauft hat, mal einen Berg an Darth Waders. Das ist halt so ein bisschen immer das Problem, wenn solche Charaktere in solche Sets reinkommen. Ansonsten sehr, sehr schöne Idee. 5 Dollar will Bricks of Maze dafür haben. 1258 Teile werden dann eingesetzt. Und dann last but not least. Ich glaube, das ist formal gesehen ein Alternate-Bild. Nee, es ist nicht als Alternate-Bild hier hinterlegt. Die Idee ist hier eine Mini-Version des Pickup-Truck-Sets, der 10.2.9.0 zu machen. Und das hier von Best Bus Design. 367 Teile quasi als 8-Noppen-Auto. Und das sieht wirklich cool aus. Also finde ich in der Größenordnung mit der coolsten Pickup-Truck, den ich bisher gesehen habe. Sehr, sehr schönes Set. Ordentlich Accessoires dazu noch mit hingepackt. Aber gut, das ist jetzt alles eher so Standard-Fertig-Teile. Es ist nicht viel gebaut. Aber der Pickup-Truck selber hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. 6 Euro will ich es auch dafür haben. Nicht so günstig für so ein kleines Bild. Aber ich glaube, das ist es wert. 367 Teile. So, das soll es dann wieder gewesen sein. Wie immer gilt, folgen, kommentieren, liken, raten, subscriben. Je nachdem, wo ihr das hier seht oder hört, nennt sich das auf jeder Plattform ja ein bisschen anders. Wie immer gilt, Kommentare, Feedback geht immer als YouTube-Kommentar für diejenigen, die das auf YouTube sehen. Für alle anderen ist es in den Podcast-Show-Notes, sind die YouTube-Kommentare zu dem Video auch verlinkt. Generell kann man die News-Sendung ja als Video sehen bei YouTube und Spotify. Aber bei allen anderen Plattformen in der Audio-Only-Variante würde mich riesig freuen. Ein paar Dinge waren ja doch mir auch heute nicht so ganz klar. Da würde ich mich auf ein bisschen Hilfe freuen. Ansonsten gebt wie immer Feedback, wenn euch Sachen gefehlt haben. Wenn ich irgendwo Fehler gemacht habe, in jeder News-Sendung sind immer ein paar Fehler versteckt. Mache ich natürlich alles mit Absicht. Ist ja klar. Aber dann lasst es mich da wissen. Ansonsten würde ich mich wirklich riesig freuen, worüber ich ja vorhin schon mal gesprochen habe. Wenn ihr einige dieser Sets gebaut habt, zum Beispiel von Blubricks, die neuen Stargate-Sets. Hinterlasst eine Bewertung. 1 bis 10 Sterne. Das ist wirklich schnell gemacht. Wie hat euch das Set gefallen? Damit auch entsprechend die Community da draußen einem mitbekommt einfach. Okay, lohnt es sich hier zu investieren für all die Stargate-Fans da draußen. Oder noch besser, wenn Daten aus eurer Sicht noch fehlen oder fehlerhaft sind in der Sette. Zum Beispiel, wie schwer ist das Set? Preisprogramm interessiert ja doch immer einige Käufer. Wie viele Drucke sind da drin? Wie viele Sticker sind da drin? Dann immer einfach auf den jeweiligen ZDB-Seiten klicken. Auf fehlende oder fehlerhafte Daten heißt der Link. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.